So, hallo Leute, zu einem Weitschland-Part von Battlefield Heroes! Und wieder mal einen schönen kleinen Kill mit der MK1Badboy abgeräumt und gerade schon wieder verpackt. Ich komm rein, erstmal mit der SVD ins Gesicht und ja, ich bin auch mal wieder in BFH drin. Ja, Broga ist wieder da! Nein, ich bin Brutzüber! Ich hab ihn gezwungen, BFH sich wieder runterzuladen, nachdem er es nicht... Ja! Ich geh schon wieder voll auf die Fresse! Ist das was Neues? Nö! SVD ins Gesicht, Alter! Ich seh den Chippen! Hat auch erstmal hier... Geht, Mando! You wanna verarschen? Sind hier mehrere Mando's oder warum hab ich den noch in die Fresse bekommen? Okay, der Chipp ist tot! Ja, ich hab ihn gar getötet! Also... Okay, dann kommt ein Ganner! Und es gibt endlich die... Und irgendwie funktionieren meine Sounds nicht richtig! Nein! Und es gibt endlich die Mission von Bills, äh, von Blankos Bullseye, die ich ja irgendwie schon seit längerem, äh... Wollte! Und die jetzt endlich da ist und die ich gerade auch mache! Keine Ahnung seit wann die da ist, ich bin nicht so up to date! Also irgendwie so scheiße... Komm, 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 komm! Irgendwo! Ja, bescheid mir alle! Ah, das ist der Typ, der mich vorhin gekratzt hat! Bam! Headshot! Oh, ich hab irgendwas Schaden gemacht da hinten noch! Ja, da stimmt glaub ich noch einer! Ach ja, ich find das auch so schön! Ich gewinn irgendwie jedes Mal XP Boost oder sowas in der Richtung, LOL, Level-4er. Kann das sein, dass bei dir auch irgendwie gerade so sacklenig Musik ist? Musik? Ja, BFH-Musik. Die kommt nicht, während du drin bist. Ah, ich kann... Aber, was ist denn das? Der hat... Das ist eine neue Unterweltwaffe. Kann ich mir das bitte vorher mal sagen, dass es nicht OP-Waffen gibt? Die ist nicht OP. Nein, überhaupt gar nicht. Ach, da ist ein Sniper in unserer Base links da oben. Am Berg. Oh, danke. Na, jetzt habe ich ihn auch entdeckt. Jo, Marc hat sich SVD hatte. Ja, da habe ich jedenfalls irgendjemanden vergiftet. Ach. Alter. Verarsch mich, ich habe doch getroffen. Dann hätten wir da. Headshot mit der Jack's Codemaker. Sehr schön. Sehr nett. BP-Noob. What the fuck? Erstens, was heißt PP? Und zweitens, learn to play, Alter. Pirate. PP ist Pirate. Ja. Sorry, wenn ich nicht jeden Tag 50 Stunden LOL zock. Äh, LOL. Ja, das stimmt wiederum, dass du für jeden Tag wirst. 50 Stunden am Tag. Äh, BFH meine ich natürlich. Alter, irgendwie legt mich so auf, dass hier keine Musik ist. Das geht gar nicht, ey. Ach, komm schon. Ich schieße den Kanal ab und was macht ihr schon das Mando? Es gibt es doch nicht. Keine Musik in BF. Ich meine, das Spiel ist eh schon schlecht, aber dann auch noch keine Musik. Erst mal Gundam Style. Aua. Wir kennen ja den Gundam Style, Hörer. Ja, ja, ich auch. Wenn du mit dem Ding nicht im Kopf triffst, bist du echt am Atem. Ist ein bisschen laut. Wird was. Ah. Oh, der macht Spot. Warum sind ja nicht so wenige drin? Mann. Ja, ich muss gerade überlegen, wie man Request schreibt. So. Okay, Royals, do good teamwork. Mein Team sucks. Indeed. You suck, bitch. Airborne Essos. Bitches. Bitches. So, Alter. Wo? Wo ist der Mando? Ah, da drüben, Alter. Oh, und ich springe natürlich daneben. Schade, ich dachte, ich könnte vielleicht den anderen erwischen. Okay, ich muss sagen, ich hatte den BFH noch schlechter in Erinnerung. Puh, seit wann schieße ich so schlecht? Schon ungefähr immer. Äh, nein. Ich schieße normalerweise gut. Äh, nein. Doch. Wer hat dir das erzählt? Ich? Tja. Einbildung ist auch eine Bildung. Indeed. Hör auf, wie die Board geht. Geh mit dem Board nach Hause, ja? Ich bin schon daheim. Noob Board. Da ist gerade jemand. Ja, Blindfire, bitches. Oha, Alter, was ich abgehe, Alter. 6 kills, Alter. Was ist die schmissen hier? Ja, hier hätten wir übrigens einen Gunner, der gerade versucht, unsere Flagge zu holen. Sehr schön. Könnte ich mal drüben. Wo ist der? Oh, Headshot! Ich habe mich mit meinem Gift in der Luft getötet. Alter, ich konnte den gerade irgendwie nicht sehen. Der hat erst überall rumgesprungen. Ja. Ich hatte eine Zeit lang im Scope, aber wollte ihn dann schon abschießen, aber da hat immer ein Gift. Puh. Wo? Hinter uns, in unserer Base, steht ein National Commando drin. Headshot! Mit Jack's Cloud Maker. Wie geil. Learn to play, Alter. Learn to play. Okay, ich muss mir wegen der scheiß SVD mal hochhalten. Oh, lol. Das geht ja hier gar nicht so. Oh, du bist echt so... Lol, wie? Achso, ich war... Ich habe mich gehealt. Deswegen. Bleibt gefälligst, da wo stehen... Pirate! Ja, in Loll bin ich auch Hardcore am Pirate zocken. Ehh... Stimmt's. Gangplank! Ja, da gibt es richtig schöne Tridons Gangplank. Oh, ja. Ist das ein Adwerfer? Jo. Daily Claw und so. Ah. Ich will dich töten, du scheiß Commando. Wenn du so weit unten bist, dann kann ich dich nicht machen. Verdammt. Bis dahin. Ich habe gerade einen roten Damage ausgeteilt. Der hat sich unsichtbar gemacht, vor dem Rhin. Warte, irgendwo habe ich gerade einen. Ach, da. Hinten. Dead Pirate Pistol. Oh, Cryptic Hacks. Learn to play, Alter. An non-skiller Waffe. Sehe ich jetzt schon, dass es eine non-skiller Waffe ist. Damit habe ich mich zusammen getötet. Und dann. Ja, natürlich bin ich instant markiert. Ja, ich habe da hinten... Fuh, 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 fuh. Da steht ein Gunner, by the way. By the way, ja, ist was. Okay. Ich habe da im Ding steht einer drin, in dem Krater in der Mitte. Kein Schimmer, wie ich es geschafft habe, den zu markieren, aber eher da. Okay, so geht es auch. Nade-Werfer. Loll, wer von... Unser Lieblings-Gunner kommt da wieder. Irgendwo. Er war gerade da hinten, ich habe ihn gerade gesehen. Also entweder er ist im Krater in der Mitte oder da außen irgendwo. Da hinten hätte ich jeden Fall Fakten. Spray and pray, dead ultimate. Och, Alter. Also ich spiele in letzter Zeit viel zu wenig BV, um noch im Moment einen AIM zu haben. Ich spiele generell zu wenig BV und bin stolz drauf. Oh, that flag. So. Jetzt pray for my aim. Wo ist der Typ mit der Flagge? Fast in deren Base. Wenn ich Glück habe, schieße ich ihn ab. Ja, natürlich wird der Gunner markiert, der nicht die Flagge hat. Gewinnen die jetzt? Ja. Na, ich glaube nicht. Nee. Die winnen auf keinen. Aua. Das ist noch Vector-Mission. Ja, wenn es wenige Spieler sind, sind Commandos ziemlich stark. Und noch 10 Punkte ab. Oh, Riki. Ich noch 20. Ich würde sagen, das war's für den Part. Oh, Pre-Game, nö, oder? Ja. Okay, dann, dann, das, äh, bringt's jetzt auch nicht mehr. Nee, nee. Danke. Danke. Also dann, äh, ja. Ich hoffe, er geht das nächste Mal in Rage-Shot. Das finde ich nämlich immer übel lustig. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, servus.